Kamera läuft! Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Fans, ich begrüße euch zum Grand Prix Glocke hier in Saftladenhausen. Dieses Rennen wird gesponsert von Pizza Industry, den Geschäftsführer dieser Firma, werden wir gleich hier begrüßen, der live aus Florida hier mitzusehen wird. Es geht in Kürze los, also bleiben Sie dran! Ahmet Uruk arbeitet als Wurstverkäufer auf dem Dienstagmarkt. Jack Peet ist YouTuber und er arbeitet so sein Geld. Jack Hansen ist Mitglied bei der Wasserrettung. Und nun schalten wir live nach Florida. Jack Smithson, Geschäftsführer von Pizza Industry. Wie fühlen Sie sich? Haben Sie sich schon auf das Wetter gefreut? Und wer wird gewinnen? Haben Sie schon eine Vermutung? Hallo, dear, hallo in Saftladenhausen von Florida. Ich muss schon gleich mal sagen, dass der Geschäftsführer Jack Smithson gerade sehr beschäftigt ist und dass er leider nicht hier dabei sein kann. Aber er wird es sich nochmal anschauen, dann empfehlen Sie. Ja, also mir hat er gesagt, dass er auf Achmet Uruk ist, da er ein großer Sucuk-Fan ist und er schon auf dem Weg ist, zu einem Sucuk-Produkt herzustellen. Und er hat gesagt, er ist voll gehypt. Ja, das ist mal richtig nice. Also, wir haben eine Gaudi hier in Florida. Das ist mal richtig... So, liebe Rennfahrerinnen und Rennfahrer, wir starten jetzt das Rennen. Ihr wisst hoffentlich alle Regeln und der Gewinner bekommt eine Million Würste aus Türkei. Sucuk, also, dann beginnen wir. Bitte alle bereit machen, okay? Wenn ich so mache, dann geht es los. Verstanden? Gut, wir starten. Alle bereit? Dann starten. Wir haben Flach. So, auf die Plätze, fertig, los! Jetzt kommt die Rennfahrer zur gefährlichsten Kurve. Was macht's? Jock Hansen! Es scheint so, als wenn das Endstation für Achmet Uruk wäre. Was hat er vor? Voll aufs Hinterrad! Werbung Wenn das Endstation für Achmet Uruk bliekt, was ich dann bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Werbung Ende Was nun? Und nun kommen sie ins Ziel. Wer gewinnt? Was ist los, Jack? Der Sieger ist! Jack-Pete! Da wir jetzt unsere Aufnahmezeit nicht finanzieren können, können wir leider diese Gehärung nicht zeigen. Aber merkt euch, Jack-Pete hat eine Million Sucuk aus Türkei gewonnen. Das war's für diesjährige Grand Prix-Glocke in Saftladenhausen. Vielen Dank und bis nächstes Jahr! Ihr Gürgen Hartje!